Erwärtser Neufeld hat sie bekommen zu einer weiteren Folge vorhanden Prozent Kultformen Prozent das ist so lange her seitdem ich war die ganze Zeit online hau ist aus schützt alles hier nur mitnehmen oder was Prozent zu wo dann müssen stelle ich jetzt erst mal hier an das Handelt werden drecklos alter ich muss nicht das nur hier schweißelos werden Wuppertälte sind ein Bluff Fiedern abgült das kann ich ja eigentlich befehlen das steht Horst aus Schubert kennen geschützten noch ein Kaktus mitnehmen die Schülsorte Städter Horst aus dem Film Kaktus ich habe ja nicht mal mehr Arne für sich jetzt hier kann ich das überhaupt nicht nach Hause so ist es der Kumpel holen oder was sie sich das auch so der Kogabin hier sind Hosen Alter für die Fischer Probe wird da sind Schof ich habe keine Ahnung ich habe keine Ahnung was Matten heisst ich habe keine Ahnung was Matten heisst Boah Matten ist das vielleicht vom Schacht alles klar dankeschön Boah Alter Tatsache steht es ja Mutten Töte nicht einfach das Schaf lass mich nicht das Schaf schälen lass mich Schafe schälen ich brauch das nein nicht töten nicht töten lass mich schälen lass mich schälen ey Leute ich brauch Wolle Junge Hör mal auf einfach Schafe zu töten ich muss die schälen ich brauch mehr Wolle danke so ich habe jetzt die über 64 es müsste reichen vor allem bin ich ja hier mit der Farming Quest fertig ich kann erstmal was zünden schnell Talk to the Librarian das ist wahrscheinlich keine Quest für hier fürs Farming sondern für die Hub an sich nicht ok dann ist es vielleicht doch eine für dort aber ich habe keine Ahnung wo der Librarian ist ist mir auch ziemlich egal gerade Give Fool to the Carpenter aber ich denke der Bibliothekar hieß ja Librarian ich denke der ist da unten mit also irgendwo hier so der Carpenter der war dort so 64 müssen wir jetzt aber langsam echt mal reichen Junge hier Carpentry is my passion I always love to unlock Give Fool äh Carpentry skills unlock new furniture receptions was äh was ist denn das use for crafting furniture for your wool view and craft all of your unlocked furniture for the Carpenter table ok könnte ich sogar herstellen Exploder Hub ich gehe aber erstmal zurück weil mich das interessiert so außerdem habe ich viel zu viel Mist bei mir gerade aber der hat aber wirklich ein Stack gewollt der Idiot so mein Weed Minion den ich dann irgendwo noch platziere jetzt habe ich das Crafting Rezeption wieder vergessen wo war denn das ähm ähm Resetory Book Fishing Combat Mining Farming War das Foraging? Ne das war nicht Foraging das war eigentlich im Carpentry so wie ging das? ich brauche 2 Crafting Tables 2 Sticks und dann ein Haufen Holz ähm Sticks Holz ich hoffe das geht auch gut anderem Holz als normalem und was habe ich noch gebraucht jetzt? 2 Crafting Tables wenn ich das richtig verstanden habe so geh mal her mein Freund und kommst jetzt einfach hier halbe halbe kommst hier wieder was rein kommst hier wieder was rein kommst hier wieder was rein kommst das Eisen raus kommst das Gold raus Gold und Eisen Eisen Gold Hä? Hier ist Gold drinne? Achso ok das war das ist ein Anzeigefehler das ist ein Anzeigefehler also ok das war ich nehme jetzt die 2 hier so dann waren es hier 2 da 2 dann waren es hier 2 dann waren hier die 2 und dann war das so hier einfach ne verdammt man ähm das ist ein Resetzer Boot Kapitel 2 Stöcke und dann immer drumrum ja gucken wir mal da 2 Stöcke da 2 Stöcke das hier und immer hier drumrum na das geht halt anscheinlich noch mit echtem Holz echtem Oakwood Habe ich denn noch irgendwo normales Oakwood? Na ich habe hier einmal Oakwood, aber he 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 Nice Dann gib mir mal das Knochenmehl hier und so ein Subling, ich weiß, dass er dann wahrscheinlich nicht direkt beim ersten Mal wachsen wird, aber man kann ja mal probieren und auf sein Glück haben Bats, Bats, Bats Haha, schön Gib mir das gut Okay So, Rest ist mir egal Dann, Oakwood Ich will aber kein Boot machen Sondern Das hier Carboner Table Ach, das ist sowas Okay, und jetzt kann ich hier einen Stuhl machen Einen Kaffee Tischen Dinner Okay Aber den kann man auch wieder abbauen Aha, okay 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 Carboner Table Vermerkt Ähm Ja, hatte ich jetzt noch Oh, ich habe ja sogar Oakwood gehabt Das ist Akazie, das ist wirklich, ich habe jetzt auch von dem normalen, was ich hier unten habe Nichts mehr Ey, Alter Das finde ich ganz knisprig, Junge Aber dann am Tag werde ich mal weiter basteln, jetzt gehe ich erst noch mal Explore up, hey, hey, hey Aber was mich gerade irritiert ist, dass beim Farm der Librarian steht irgendwie Also muss es ja irgendwo entgeben Da drüben irgendwo, also vielleicht in der Windmühle oder so, steht es nicht Weil hier steht ja Oder hier, Talk to the Librarian Das ist ja Farm Das ist ja Farmhand Das heißt, der Librarian oder so sollte hier oben sein Ja, Forrest ist da rüber und das sieht mir schon fast aus wie eine Miene Und das ist, na hier ist er doch, der Librarian Zack Willkommen zu der Librarian Das lägen wir jetzt nicht alles durch Enchant an Item Enchant an Item 2 Level Bane of Adoleschalkness Scavengerschalkness Zack Bane of Adoleschalkness Enchant an Item Was ist meine nächste Aufgabe jetzt? Ach, hier kann ich auch noch Zeug kaufen, alles klar So Ich muss halt noch die ganzen Gegenden irgendwie erkunden Aber ist das hier nicht der Berg, wo vorn die Quest war Get on the top Ich dachte, das ist er Ja genau, das ist er ja auch Wo steht, get on the top Dann ist das jetzt meine nächste Aufgabe So Jetzt bin ich on the top Huhu Und jetzt Keine Ahnung Aber es gibt ja keinen Fallschaden, wenn ich das richtig gesehen habe, oder? Es gibt Fallschaden Ich glaube, für so einen Verrückten Wie mich Wäre es sinnvoll, sich Federfallschuhe zu kaufen Weil Hm Bin ich so der Fan vom Sterben Auch bin ich auch nicht der Fan vom lange Laufen Okay Was flowerhaus Okay Was flowerhaus? Was stand dort gerade? Talk to marco Gather rose Raptor Die Gets Spray Cannot Hey, hallo I love your outfit But it's missed something Oh, I know Go And upgrade your rank to VIP Visit again One minute Du fliegel weg Das kannst du knick nicht Ich werde mal rein Ich upgrade Nicht einfach so Ähm, ja, da drin war ich ja schon Ich würde jetzt gerne mal die Kampfarena ausprobieren Auch wenn ich Nicht mal ne Rüstung hab, aber Aber ich könnte mir ne Rüstung kaufen Das ist der Weaponsmith Das ist der Minemerchant Das ist der Farmer Und wo waren alle anderen Geschäfte? Waren die da drüben? Ach, hier sind sie ja Adventure Lumber Armorsmith Genau Zu dir will ich doch Armorsmith Und dann kaufe ich mir jetzt erstmal ne komplette Diarrhäsie So, jetzt könnte ich ja nochmal zum Enchanter gehen Habe ja immerhin noch 20 Levels 9-9 So, Librarian Was hast denn du? Book Schutz Salinger Increased melee damage Schutz ains, Schutz ains, Fire Protection 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 Bains Mite Efficient Ach, verdammt, du musst immer noch Rüstung rausziehen, ey So Jetzt kann man mal ins Kolosseum gehen und gucken, was da so abgeht Ich hoffe kein PvP, weil Ich bin Schlecht in PvP Oh, Colosseum, you can test your fighting skills What? Oh, es startet schon was? Weiß Ich brauch Neues trinken Mhm Mhm Okay, ich bin Nummer 2 Kann man hier sehen? Oh, ich bin dran Oh, der hat mich besiegt Okay Habe ich jetzt hier noch andere Ähm Aufgaben Hm, keine Ahnung Okay Okay, aber mir fehlen halt Immer noch ein paar Sachen zum Entdecken Ich bin bei 9 von 13 Was ist denn das hier? Das ist Auktionshaus Vielleicht fehlen mir auch einfach so ein paar Häuser, wo ich noch nicht drin war Aber eigentlich, hier war ich ja auch schon drin In der Kohlemine Trotzdem Erstmal zurück zu Private Und Dann machen wir uns jetzt Diesen Typen Schraube brauche ich nicht Pickaxe brauche ich nicht Ach, Leute Ich muss alles immer selber machen hier Hey, Sticks hat das nicht mehr Wie fällt das schon Da fällt das noch irgendwo Also Im Inventor Na,来 La Na, fallait Wow Slow down there Mhm Sticks Sprichwort, das passt ja sogar, wegen der Axt, lol, gut, zack, 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 jetzt habe ich einen Spruce Minion, und ich habe, wie schon gesagt, keine Ahnung, kann ich den jetzt einfach, wenn ich das will, hier hinsetzen, need to be around dirt, das habe ich mir gedacht, darum mein Freund, platziere ich dich jetzt einfach, habe ich Dreck, nein, habe ich nicht, zack, 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 ich habe so viel Mist hier, zack, 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 so, da, was braucht der für ein Feld, 1, also 1, 2, mal 1, 2, da hat er hier nach vorne 1, 2, dann hat er nach hier links, 1, 2, wenn ich den da hinsetze, verdammte Axt, so, 1, 2, 1, 2, so, wie gesagt, also, wenn ich die jetzt hier hinsetze, braucht der halt, jetzt noch in die Richtung, 1, 2, zack, 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 und dann muss ich den halt wirklich 1, 2, hier hinsetzen, so, jetzt habe ich 6 Minions, jetzt kann ich keine mehr setzen, erstmal, auch nicht meinen netten, lustigen Farmer, aber was ich dafür machen kann, ist hier weiterbauen aber auch schon überlegt, ob ich den jetzt, äh, nochmal upgrader oder meine Miner, meine ganzen weil ich habe es nicht so eilig, hier eine komplette Festung aufzubauen, das kann ich alles später machen aber ich habe halt keine Lust, immer so lange warten zu müssen vor allem bei die Baumleute hier, kommen ja dann eh noch woanders hin auch eigentlich nicht viel mehr außer und ja, das wird jetzt unangenehm Dreck darf ich nicht verschwenden K的时候 du machst mir keine Angst mehr du bist schon wieder voll was brauchst du eigentlich bis zum next tier 40 bloß das krieg ich da wahrscheinlich in oder es ist tag wieso greifst du mich an pick up start 40 sollte ich glaube ich easy hinkriegen glaube ich sind doch 40 oder ohne müsste es genau 40 sein Bonnay! Bonnay! Hä? Oh! Das war der Weed Minion! So! Koppel... Da bitte schön! Minion Lover 1! Super! Was brauchtest du fürs Next? 20! Überall! Müsste ich glaube ich auch schon fast hinkriegen können, oder? Denk ich bald, ja! Du brauchst wahrscheinlich dann auch 20 überall? Hm? Was ist mit dir? Was brauchst du fürs Next hier? Hochüber als 20! Was sind so Sachen? Die kriegst du fast schon hin! Also, fast! So! Wenn ich in diese Position gehe, wisst ihr ja was abgeht! Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal! Bei... Skyblock auf dem Hypixel Server Leute! Sayonara!